Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. 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 Wir haben vorhin Angst an dieser Welt. Und vorhin habe ich Angst, was Menschen über uns reden und was sie alles tipp gucken, wo du jähnst. Aber du weißt, dass alle in Angst, dass du uns beworst. Wir beten die Nome Jesus. Amen. Heute im nächsten Mal. Man, guckt uns bei uns. Das wird eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de hoy. Töp, mocht wie die Nome Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktier uns unter info arroba jesusresponde.com